Guten Morgen Peter. Guten Tag, Brigitte. Guten Tag, Paul. Servus. Wie geht's? Danke, gut. Und wie geht's dir? Geht schon. Da kommt Paul. Servus, Brigitte. Servus, Peter. Wie geht's euch? Danke, sehr gut. Wo ist Anita? Zuhause. Zuhause? Warum? Sie ist krank. Das tut mir aber leid. Auf Wiedersehen, Peter. Bis morgen, Brigitte. Tschüss, Paul. Buongiorno. Guten Morgen. Oppure Guten Tag. Nel salutare una persona, quando la si incontra, dicendo ciao, siavus. Invece, quando la si lascia, tschüss. Quindi, ciao nell'incontrare una persona, siavus. Quando la si lascia, tschüss. Nell'incontrare una persona, si può dire sia siavus, ma anche hallo. Quindi, ciao, si può dire siavus, oppure hallo. Quando la si lascia, tschüss. Come va esso? Wie geht's? Che sta per dire come va? Come stai? Wie geht's? Come va esso? Wie geht's? Grazie. Bene. Danke. Gut. Und wie geht's dia? E come va esso a te? Come stai tu? Und wie geht's dia? Va bene. Get schon. La viene Paolo. Da kommt Paul. La da. Viene kommt. Ciao, Brigitte. Siavus, Brigitte. Ciao, Pietro. Siavus, Peter. Wie geht's euch? Come va esso a voi? Wie geht's euch? Per dire come state? Wie geht's euch? Grazie. Molto bene. Danke. Sehr gut. Dove è Anita? Wo ist Anita? Dove è? Wo ist? Dove è Anita? Wo ist Anita? A casa. Su Hause. Casa. Hause. A casa. Perché? Su Hause. Warum? Perché? Warum? Lei è malata. Sie ist krank. Lei è. Sie ist malata. Krank. Lei è malata. Sie ist krank. Mi dispiace. Das tut mia abalait. Tradotto letteralmente. Questo a me ma dispiace. Das tut mia abalait. Mi dispiace. Das tut mia abalait. Ripetiamo. Mi dispiace. Das tut mia abalait. Arrivederci, Pietro. Auf Wiedersehen, Peter. Auf Wiedersehen, Peter. Arrivederci, Pietro. Auf Wiedersehen, Peter. A domani, Brigitte. Bis morgen, Brigitte. Domani, morgen. A domani, Brigitte. Bis morgen, Brigitte. Ciao, Paolo. Tschüss, Paul. Ciao, Paolo. Tschüss, Paul. Riascoltiamo tutto il dialogo. Guten Morgen, Pietro. Guten Tag, Brigitte. Guten Tag, Paul. Servus. Wie geht's? Danke, gut. Und wie geht's dir? Ciao, Paolo. Geht schon. Da kommt Paul. Servus, Brigitte. Servus, Peter. Wie geht's euch? Danke, sehr gut. Wo ist Anita? Zu Hause. Zu Hause? Warum? Sie ist krank. Das tut mir aber leid. Auf Wiedersehen, Peter. Bis morgen, Brigitte. Tschüss, Paul. Hebebe. Notplan. WeMs. Ne? Entertain pose. Torse. Doberto. 신. Lober. Ich forppa. Donut. leading. leaned. Madonna. こと montón. Ann. Wh wollen. down. Whoops. brainокойция.